Mein Name ist Wuti Ling. Ich komme von der Firma Lienpupup Karten. Im folgenden werde ich euch zeigen, wie man eine Lienpupup Weihnachtskarte mit dem Motiv Nikolaus Schuh macht. Bitte schreibt eure Kommentare unter das Video und vergesst nicht, uns einen Like zu geben. Viel Spaß beim Zuschauen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.